atemlos schreiberin christina bach ist wieder verliebt spür was liebe mit uns macht christina bach 61 brachte es vor einigen jahren über nacht zu großen ruhm sie schrieb helene fischers 39 mega hit atemlos und verfasste damit auch ein stückchen deutsche schlager geschichte in sachen liebe läuft es für die musikerin aber nicht immer so rosig sie hat bisher zwei gescheiterte ehe hinter sich 2017 ging die beziehung mit ihrem partner christian marek in die brüche doch nun erlebt christina wieder 1000 glücksgefühle großes kino durchlebt sie ab jetzt mit reinhard walter an ihre seite der 69 jährige heidelberger arbeitet als immobilienunternehmer ja wir sind ein paar bestätigt christina gegenüber bild glücklich weitere details will die ehemalige let's dance kandidatin aber nicht über ihre neue liebe offenbaren auch helene wird sich sicher über die beziehung freuen die beiden stehen noch in regen kontakt ich habe sie auch auf ihrer tournee besucht wir hatten eine sehr herzliche begegnung berichtet christina über die gerade erst zu ende gegangene rauschtournee der sängerin die schlagerstars seien nach wie vor sehr dankbar für ihren zeitlosen hut atemlos sind in in Untertitelung des ZDF für funk, 2017